Hallo und herzlich willkommen hier zu einem kleinen Weihnachts-Video bzw. Weihnachts-Info-Video. Ich möchte euch erstmal allen frohe Weihnachten wünschen und natürlich habe ich dieses Jahr auch was vorbereitet für Weihnachten. Und zwar werde ich die kompletten letzten Payday-Videos, die noch fehlen, alle über diese drei Weihnachtstage, Heiligabend, erster und zweiter Weihnachtstag, alle veröffentlichen. Mitunter sind da der Kunstgriff, wenn ich mich nicht irre, der Wahltag, dann die Öl-Multis, Einkaufszentrum-Crasher, sowas alles halt. Ich hoffe, dass euch das gefällt. Ich habe sehr viel Arbeit ins Schneiden reingesetzt bis jetzt. Ich hoffe, ich schaffe es auch noch bis zu Heiligabend, was übrigens morgen ist. Und ja, danach dann alle drei Tage die Death Wish-Videos. Und des Weiteren sonst noch, frohe Weihnachten, schöne Feiertage. Haut rein! Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal.